Wir sind Profile Network. Wir organisieren Konzerte im Treibhaus. Wir haben auch schon viele tolle Shows gemacht. Zum Beispiel Yesterday schon, aber auch andere. Kommen wir doch am zweiten, dritten an den Treibhaus-Effekt. Da gibt es noch viele andere gute Bands. Weil wir nicht mehr mehr zu erzählen wissen, können wir jetzt noch ein paar lustige Bilder von Katzen mit Hüt. Ciao zusammen! Na!